Hallo Leute! In diesem Video erzähle ich dir die Geschichte einer Familie, die ein Mädchen aus Uganda adoptierte. Doch als sie Englisch lernte, kam eine schreckliche Wahrheit ans Licht. Wenn du noch mehr unterhaltsame Videos sehen willst, abonniere jetzt meinen Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, um kein Video mehr zu verpassen. Los geht's! Die Geschichte beginnt mit dem einfachen Wunsch, einem Kind ein besseres Leben zu ermöglichen. Jessica und Adam Davis hatten bereits vier eigene Kinder, als sie sich zur Adoption eines weiteren Kindes entschlossen. Sie wollten ihre Liebe und ihren Wohlstand mit jemandem teilen, dem dieses Glück nicht vergönnt war. Die Familie führte ein ganz normales Leben im amerikanischen Bundesstaat Ohio. Jessica war als Fotografin tätig und ihr Mann als Pastor. Der Wunsch, ihr Familienglück zu teilen und einem Kind ein besseres Leben zu ermöglichen, entstand 2013. Die beiden verbrachten Stunden damit, sich über die verschiedenen Möglichkeiten der Adoptionen zu informieren. Schließlich hörten sie, dass es in Uganda fast drei Millionen Kinder gab, die als Waisen aufwuchsen. Berührt von dieser großen Not entschlossen sie sich für eine internationale Adoption. Es folgten weitere Monate, in denen sie ein Formular nach dem nächsten ausfüllten, tausende von Dollar bezahlten und wochenlang warteten und hofften. 2015 konnten sie dann endlich die Adoption abschließen und ihre neue Tochter bei sich zu Hause willkommen heißen. Für die sechs Jahre alte Namata aus Uganda begann ein völlig neues Leben in Amerika. Laut den Adoptionsunterlagen war ihr Vater verstorben und ihre Mutter überfordert mit der Erziehung des Mädchens. Es heißt, die Mutter habe sie tagelang allein gelassen und sich nicht um sie gekümmert. Doch irgendetwas war merkwürdig. Mit ihrer Ankunft in Amerika verbesserte sich Namatas Englisch binnen weniger Monate. Oft erzählte sie Geschichten von ihrer Mutter, mit der sie stundenlang in der Küche saß, spielte und kochte. Die Davis bekamen Zweifel. Hatten sie wirklich einem armen, elternlosen Kind zu einem besseren Leben verholfen? Das Bild der liebenden Mutter, von der Namata jeden Tag erzählte, passte nicht mit dem der Adoptionsagentur zusammen. Jessica und Adam begannen nachzuforschen und stießen auf eine unglaubliche Geschichte, die sie erneut auf eine Achterbahn der Gefühle schickte. Die Angaben auf dem Adoptionsformular, dass die Mutter mit der Pflege ihrer Tochter überfordert war und nicht für sie sorgen konnten, stimmten nicht. Sie wurde vielmehr betrogen. Alles begann mit einem Mann, der eines Tages in einer ugandischen Kirche auftauchte und versprach, ausgewählten Kindern eine bessere Bildung zu ermöglichen. Nach der abgeschlossenen Ausbildung sollten die Kinder dann wieder zu ihren Familien zurückkehren. Dass die afrikanischen Mütter mit ihrer Zustimmung das Sorgerecht aufgaben, war niemandem bewusst. Die ausgewählten Kinder, darunter auch Namata, wurden anschließend in ein Waisenheim namens God's Mercy gebracht. Dem Ort, an dem auch die Davis Namata zum ersten Mal trafen. Für Namatas Mutter war das Angebot des Mannes, die Chance ihrer Tochter eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Der Vater von Namata war erst kürzlich verstorben, deshalb konnte sie kaum die Schulkosten ihrer Tochter finanzieren. Durch die neuen Informationen entschieden sich Jessica und Adam zu einem Skype-Gespräch mit Namatas Mutter. Erst da erfuhr Namata, die mittlerweile sieben Jahre alt war, dass ihre Mutter sie nie aufgeben wollte, sondern betrogen worden war. Die Adoptiveltern von Namata standen nun vor einer schwierigen Entscheidung. Doch sie taten das einzig Richtige. Sie versuchten alles, um die Adoption rückgängig zu machen, auch wenn sie das kleine Mädchen wie ihre eigene Tochter lieben gelernt hatten. Wussten sie doch, dass ihr Platz bei der leiblichen Mutter in Uganda war. Das Waisenhaus in Uganda, welches von den dubiosen Praktiken gewusst hat, wurde auf Druck der ugandischen Behörden geschlossen. Für die Adoptionsfamilie war das allerdings nur ein kleiner Trost. Obwohl sie wissen, dass sie das Richtige getan haben, ist der Schmerz noch groß, denn sie haben eine neu gewonnene Tochter wieder verloren. Doch dank dem Internet können sie weiter in Kontakt bleiben. Was hättest du in dieser Situation gemacht? Das Kind behalten oder zur Mutter zurückgeschickt? Schreib es mir jetzt in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat und du uns unterstützen möchtest, dann teile es mit deinen Freunden und wenn du noch mehr solcher Videos sehen willst, dann abonniere jetzt unseren Kanal.